Landwirt Lars Ulmke hat jetzt einen mobilen Hühnerstall. Die Idee dahinter, wenn Hühner nur an einer Stelle bleiben, geht schnell die Grasnarbe kaputt und der Boden wird kahl. Außerdem können die Hühner durch Parasiten krank werden. Während zum Beispiel Pferde weiter weglaufen, um sich neue Fressplätze zu suchen, bleiben Hühner immer in Stallnähe. Der mobile Hühnerstall soll genau diese Probleme vermeiden. Nach einiger Zeit wird der Stall mit Kufen einfach um einige Meter weitergefahren. Untertitelung des ZDF, 2020